Guten Abend liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wenn es einem so richtig gut geht, wenn man zu Wege ist und man sich wohl fühlt, sagt man bekanntlich auch, man ist gut im Strumpf. Und das mit gutem Grund. Das Wohlbefinden beginnt ja bei den Füssen an. Und diese haben es nur dann bequem, wenn eben die Strümpfe und natürlich erst recht die Socken gut passen. Nicht alle Socken müssen die gleichen Ansprüche erfüllen. Die für das Büro haben logischerweise andere Anforderungen als die für den Sportplatz. Und darum hat Gobe die Socken neu und übersichtlich verpackt. Casual Socks, Socken für Sport und Freizeit. Classic Socks, die eleganteren Socken zum Anzug und zu den guten Hosen. Und Fashion Socks, Kindersocken in verschiedenen Ausführungen. Das ist aber noch nicht alles. Auch die Socken grösser sind bei Gobe jetzt neu und viel übersichtlicher kennzeichnet worden, damit sie beim Posten noch schneller ans Ziel kommen. Ah, wo ist denn das 43, wo wir... Gesser, kann ich Ihnen helfen? Ja, das wäre schau dich nett. Ich suche nämlich die Grösse 43. Schauen Sie hier, wir haben bei den Socken neue verschiedene Farbbalken. Und Ihr 43 zum Beispiel hat einen blauen Balken. Und wenn Sie aber jetzt Socken kaufen, dann müssen Sie einfach auf einen blauen Balken schauen und Sie sehen auf einen Blick Ihre Grösse. Und damit Sie die Socken genauer anschauen können, haben wir hier eine Lasche, die wieder verschliessbar ist. Schliesslich wollen Sie ja die Katze nicht im Sack kaufen. Am besten schauen Sie bei Ihrem nächsten Besuch bei Gobe die neue Socke gerade einmal selbst an und lassen sich vom vielfältigen und abwechslungsreichen Angebot überzeugen lassen. Ihrer Zeit voraus waren vor ungefähr 800 Jahren Mönche im Jura. Die haben nämlich einen Käse erfunden, der heute voll im Trend liegt. Der Tättermann ist ein irdischer Genuss mit himmlischem Geschmack. Seit vielen Generationen wird er bei uns im Jura hergestellt. Ein aussergewöhnlicher Käse, würzig, fein, aromatisch und rassig. Es ist der einzige Käse auf der Welt, wo man schafft. Am besten mit der praktischen Girol. Die gleichmässigen, appetitlichen Käse bringen schmelzende Aroma von diesem Spitzenkäse. Am besten zur Geltung. Zum 9 oder 4, auf dem Käseblättchen oder auch zum Aperon. Der Tättermann, der Tättermann Schaber, Girol, bekommen Sie der Käseabteilung beim Gobe. Wenn Sie Ihre Wäschmaschine und Ihre Wäsche optimal vor Kalk schützen möchten, sollten Sie sich den nächsten Spot genau anschauen. So, da sind Sie ja. Sie glauben es nicht, Ihre Wäschmaschine ist schon kaputt. Der Heiztab ist völlig verkalkt und dabei habe ich doch einen Wasserentherber gebraucht. Das ist doch nicht normal. Doch, doch. Ihr Produkt nützt eben nichts gegen Magnesiumkalk. Magnesiumkalk? Für einen optimalen Wäschmaschinenschutz brauchen Sie Kalk und Taps. Taps? Eine Tablette pro Wäschgang, noch vor der Wäsch. Sie löst sich sofort auf und schützt Ihre Wäschmaschine sogar vor Magnesiumkalk. Von jetzt an nur noch Kalk. Das Nonplusultra gegen Magnesiumkalk. Beim nächsten Wäschstag also das Kalkon nicht vergessen. Vorher macht Ihnen aber noch das Team vom Kochstudio einen Vorschlag für ein lustiges Rezept. Die internationale Küche wird heute durch Elsass vertreten. Es gibt Leberknöpfchen. Also Leberknödel. Für alle, die den Dialekt nicht so gut verstehen. Rinds- oder Schweinsleberen, je nachdem was man lieber hat, ganz fein hacken. Brot im heissen Wasser lassen. Zwei Drittel vom geräuchten Speck ebenfalls fein hacken. Den Rest in feine Streifen schneiden. 1-2 Knobelichzehen pressen. Und einen Bund Peterli und Zwiebeln hacken. Jetzt das Brot ausdrücken und zusammen mit 100g Teigwarenmehl, 2 Eier und allen anderen Zutaten in einer Schüssel gut vermischen. Diese Masse mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen. Und mit einer Kelle kräftig schlagen. Dann mit 2 Dessertlöffeln aus dem Teig einförmige Knödel formen. Mit ein wenig Übung gelingt das einem noch schnell einmal. So und gerade im kochenden Salzwasser portionenweise, also immer ein paar zusammen, 10 Minuten lang ziehen. Nach dem Abtropfen die Knödel anrichten und warm stellen. Und den restlichen Speck, den man in der Zwischenzeit noch knusperig gebrädelt hat, darüber verteilen. Zu diesen Leverknöpfchen nach Elsasserart empfehlen wir Ihnen einen gemischten Salat. Die genauen Zutaten für das unkomplizierte Rezept stehen diese Woche in der Coop-Zeitung. Ich bin sicher, dass Sie es das nächste Mal ausprobieren werden und wünsche jetzt schon viel Vergnügen. Und wenn Sie jetzt noch unsere Aktionsangebote verfolgen, dann werden Sie feststellen, dass nicht nur das Kochen, sondern auch das Posten zum Vergnügen werden kann. Das Kilo Bananen bekommen Sie zum Beispiel über für nur 2,10. Alle Coop Quattro-Joghurt gibt es für nur 1,95. Der Arnis Stehhas kommen Sie über für 3,90. Ausserdem offerieren wir Ihnen das Casablanca-Geschirr-Set, besonders günstig. Vier tiefe Teller kosten nur 12 Franken. Und hier noch der Coop Preisabschlag. Der 1 Liter Mondial Gräbfriensaft kostet von jetzt an nur noch 1,30. Im Coop-Restaurant empfehlen wir Ihnen diese Woche ein geschnetzeltes Schweinix ab Pfeffersauce mit Gemüsespätzchen und Erbschen für nur 9,90. Lassen Sie sich also verwöhnen. Zum Schluss noch ein Tipp vom Osterhas. 6 gekochte und gefärbte Eier aus Bodenhaltung in diesem fröhlichen Osternestli kosten nur 43,90. Man kann den Deckel abtrennen und die Zwischenwände rausnehmen. Und schon hat man ein hübsches Osterkörbchen, das sich gut zum Schenken eignet. Mit diesem Hinweis bin ich am Schluss vom 14. Coop Studio dieses Jahres. Danke, dass Sie für uns Zeit hatten. Auf Wiedersehen am nächsten Mittwoch. Auf Wiedersehen am nächsten Mittwoch.